Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstand Shop vom 26.02.22. Ich würde sagen, wir checken das Ganze einmal aus und switchen direkt mal in den Item Shop. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, let's do them go. Was haben wir heute am Start? Wie ich sehen kann, nur wiederkehrende Items. Oh, und der Shop hat sich etwas verkleinert. Die Marvel Items sind, okay, doch, nicht verkleinert, das ist immer noch gleich, glaube ich. Marvel Skins sind da, Uncharted Skins sind da, dann ist noch hier die neuen Marvel Skins sind da. Die Frankenstein, Mumie und Halloween Items oder was es sein soll, sind ebenso am Start. Wir fangen im täglichen Bereich an und arbeiten uns natürlich da mal wieder weiter. Fangen wir jetzt alle erstmal mit den Emotes an. Wir haben hier einmal mein Idol nach 38 Tagen wieder zurückgekehrt. Elektro Swing nach 45 Tagen wieder zurück. Schrullig, geiler Emote, ist nach 38 Tagen wieder da. Acht geht es nach 32 Tagen zurück. Und nach 33 Tagen einmal Schnorchelops und nach 35 Tagen den gestrandeten Jonesy. Dann geht es einmal weiter nach oben und zwar haben wir hier die Zone Wars Skins. Ich sage mal so, Freunde, die Zone Wars Skins sind natürlich so eine Sache für sich. Manche mögen sie, manche auch nicht. Ist nach einem Monat wieder in den Item Shop gekehrt. Wir haben dann einmal hier Venturion Skin und Ventura. Beide Skins sehr interessant, haben auch jetzt eine neue rote Version. Kann man sich auf jeden Fall gerne genehmigen. Es geht einmal weiter nach oben und zwar haben wir hier Aura und Geld am Start. Beide Skins, die ihr Safe Call kennen solltet. Ist nach einem Monat zurückgekehrt. Und zu guter Letzt haben wir hier einmal den Komplex Skin nach einem Monat wieder zurück. Inklusive jetzt einer neuen Version von ihr, die man halt hier mitbekommt. Ansonsten ist eigentlich heute nichts Besonderes im Shop gewesen, außer die Zone Wars Skins, Venturion. Alle anderen sind eigentlich relativ basic. Ich würde mich dann verabschieden und würde sagen, freuen wir uns dann im nächsten Video. Haut rein, geht mit der Flow, euer Frips und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.